Musik 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 Peach in Gefahr Signal von 50 Sekunden auf Tuffe Normal Och mann Aber wieder geheime Route Heißt wir haben wieder irgendeinen coolen Kampf So wie gegen Greptilien Die natürlich alle mega groß sein mussten Wäre richtig mies Die waren groß Was? Die waren groß? Ja, Glore ist normalerweise kleiner Ich hab'n Trollchamp Ja stimmt, voll geil Trollchamp Ich hab' ja nicht gedacht, was wir machen müssen Wofür sind die Bösewichte Was? Oh sorry Nein Ton voll der Arsch und so Ich hab' mich grad selbst getötet übrigens Wieso hast du dich selbst getötet? Weil ich'n Trollchamp spiele Mit Musik Ja, kein Selbsttötungschamp Das ist ein Unterschied Oh Was war jetzt? Keine Ahnung, deswegen sag ich wir müssen durchlesen was wir machen müssen Na, wir probieren aber nochmal Was war jetzt? Keine Ahnung, wir machen nochmal Wir sind hier Um Peach zu entführen Wer sich an uns in den Weg stellt Wird katapultiert, klar Wir dürfen Peach nicht töten Deswegen ist Peach auch links zu sehen Ja, guck mal das Bild eins, voll geil Okay Womit wir wieder bei Vergewaltiger bauen werden Oh ja Oh, aber vor allem, dass der Große seinen Kleinen schon die Vergewaltiger Sachen beibringt Ja Liegt in der Familie Also Ich weiß auch nicht, wo Bowser Junior herkommt Ja So, also Nicht Peach töten Nein Wenn Peach jetzt selbst zu begegnen, haben wir irgendein Problem Ich bin tot, du schaffst das, oder? Ja, natürlich schaff ich das Wie gesagt, nicht Peach Das Peach Oh, okay Ich hab's doch nicht Ich hab' keine getroffen aus der Peach Schon wieder Nicht meine Schuld Die gibt's mir Warum hilft eigentlich die Yoga-Lehrerin Peach? Keine Ahnung, weil sie Yoga mag Mal gerade, wenn morgen Yoga So, Mrs. Prinzessin, wir helfen dir mal Ja Und was Okay, der Bibliothekar ist dabei Die Yoga-Lehrerin Die beste Freundin Was dann Zelda ist Ähm Die Schwester vom anderen Stern, Rosalina Okay Macht beinahe alles Sinn Der ganze Hofstaat Obwohl, Rosalina ist wahrscheinlich die Küchenfrau Wolltest du? Diese Küchenfrau Weil die mehr Hände hat, da geht's schneller Hilft nur mal mit Sehr nice Nicht so nice Nicht so nice Aber läuft Troll einfach alle Gegner weg Das kannst du auch am besten Schade Schade Die Katte ist zu klein zum Trollen Wir müssen erstmal ein paar Gegner raushauen, ne? Dann klappt das Okay So, diesmal sterb ich nicht direkt am Anfang Und du auch nicht Was? Also wir dürfen uns noch nicht selber umbringen Und wir dürfen nicht Peach umbringen Am besten einer von uns hält Peach fest Und der andere macht alles Schlecht sie zusammen raus? Raus? Ja Nein, das vielleicht gerade nicht Alter Wie sie hier einfach von allen Seiten kommen Och Peach, jetzt geh doch weg Wir sind hier zu nah an der Kante Aber Peach ist auch immer ganz vorne mit dabei, ne? Als wenn sie wirklich entführt werden wollen würde Was so ziemlich jedes Mario-Spiel erklären würde Aber na gut Oh, das ist Peach Nein, ich hab mich da gekriegt Egal An sich ist ja nicht so schlimm, wenn sie bloß angreifen Wir dürfen bloß kein Smash-Angriff auf sie hauen Okay, am besten wir hauen die hier rechts raus Sie ist gerade keine Peach Sie ist gerade komplett woanders Sagte er und sie stand da Nice, nur noch eine Samus Aran Die die... Ähm... Oh, fuck Crap that booty Crap it real hard Ey, ey, nicht die Warte, warte, ich halte dich erst Du machst das Ich hol sie So Hahahaha Hör einfach nur noch Meins Ah, okay, sehr schön Das... das lief doch gut Ja Und nochmal... 2.000 Geld Okay Irgendwas muss man für uns rapid machen, glaube ich Das könnte sein, ja Sammle 1000 Gold als Opfergad am Palutena Na warte, aber keine Gegenleistung Typisch Religion Ja Hier, ich gebe der Köche 1000 Geld Und was machst du damit? Ist meins Du, dir werden deine Sünden vergeben Okay Äh, oh, war der andere Schade Hahahaha 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 Okay Hi Wollen wir uns nochmal Ach du, du bist der Rechte? Du bist sehr rechts angehaucht heute Du musst aufpassen Bereit? Der war episch Würde ich sagen Schade Oh, hi Alter, Geld, 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 Geld Meins Äh, jetzt verstehe ich, warum wir als, äh, religiöse Leute Geld sammeln müssen Wird doch Zumindest Ein paar an Auch nachgesagt Irgendwie ist der Angriff am besten Einfach rechts B Er kriegt übelst viel Money Money Solange man trifft Oh, Mann Irgendwie werde ich nur getroffen Okay, 1000 Wie viel haben wir? Wir haben die Hälfte Mal sehen, ob das dann rauf ist oder wieder, äh Ne, ne, das ist, äh, gerechtfertigter Kreuzzug Ah, okay Das ist, äh, hier, äh, heiliger Grigor, wie das heißt Ja So was in die Richtung Ich wollte es sogar einfach richtig, ne? Ich glaube, wir dürfen sie auch nicht raushauen, weil wenn sie draußen sind, kriegen wir kein Geld mehr von ihnen Ich glaube, die spawnen wieder Das wäre zumindest ausnahmsweise geil Schade, wir sind 100 davor Musstest du jetzt sterben? Nein, das waren 57 Das macht das Bild besser Okay, 16 Sekunden auf normal Das ist zu schaffen Also, überhaupt das Ding ist, an sich zu schaffen Wenn ich nicht jedes Mal sterbe Hast du diesmal wieder auf den falschen geguckt? Äh, nein, ich bin nicht richtig Oh, okay Ich bin jetzt nicht vermöbel Quatsch Okay Ich bin auch gar nicht so schlecht, kann das sein? Was? Vermöbel zu werden? Die Spieler an sich sind nicht so schlecht Ach so Vermöbel zu werden Ja, das ist auch nicht so schlecht Ich würde ja beinahe sagen, einer holt Geld ein, der andere kämpft gegen die Aber das funktioniert auch nicht ganz so gut Ey, das ist gut Ich hol Geld Ach, Alter, die können sogar ausweichen Das ist so unfair Weil du das ja nicht kannst, oder was? Nein, ich kann das nicht Oh, das war ein richtig geiler Headshot von mir Headshot? Ja, mit dem Pfeil Ach Und da ich halt den Typen auf meinen, den Pfeil auf meinen Kopf abschieße und der Typ genauso groß wie ich Muss das ein Headshot gewesen sein Ja, sicher wieder Okay, sehr schön Da kam Geld von rechts geflogen Ja Bei mehr Geld, wenn man Leute töte, kriegt man Geld dafür Eine Lebenslektion wurde damit gerade Das geht prinzipiell schon, also Das kommt zwar auf die Umstände drauf an, aber Ja, ich hab mehr Geld Wow, sechs Stück Das ist egal wie viel Was zählt, ist ja die Tatsache Wow, wir kriegen noch mehr Geld Yay Und Spezialauftragstickets Alter Was müssen wir hier machen? Das Finale Stellt euch einer Gruppe finsterer Bösewichte in diesem spannenden Finale Siege auf schwer Und schaltet alle Charaktere frei Hab ich Wen spielen wir? Keiner Ah Zelda I Bear yourself Ich wollte noch meine Farbe erinnern Zelda Oh, sorry Okay Finale Endgab Werde ich eigentlich auch als ein Bösewicht nehmen müssen Okay, erstmal Dark Link und Dark Samus Weil Dunkelheit ist im Namen drin Die müssen böse sein Scheiß Stereotypes Ich sterbe Oh, danke Ich sterbe Oh, ich hab mich falsch geblieben Bin tot Oh, ich komm wieder Nice one Du hast zwei Leben Das heißt, ich darf nochmal sterben und dir dein Leben klauen? Ja, weil grundsätzlich ich Zelda spiele Weil das ja immer so ist, wenn ich Zelda spiele Ja, weil du halt Hey, warum bin ich wegge... Weil der an mir vorbeigeschossen hat Okay Nein Irgendwie kann ich grad eigentlich spielen Nein Au, ich werd aber auch grad vergewirbelt Also ich meine, ich mach ihn genauso viel Damage wie ich wie mir Aber ich werd was so vermöbelt Das ist schön Weil wir vor allem noch so viele von denen töten müssen Haaa Ha, der hat seine Wanden nicht doch an sich herangezogen Das ist eigentlich unsere Taktik mit dir als Zelda immer Ich halt die ab und du machst die tot Ja, aber irgendwie... Funktioniert das grad nicht so geil, weil sie mich von hinten die ganze Zeit wegbauen Sie haben irgendwie mehr Damage als ich auf Range Was? Und aus dem das? Schade Wir haben nicht mehr die ersten geschafft Ich glaub wir sollten nicht auf schwer stellen Doch, wir schaffen das auf schwer Sieg auf, du beschwerst die Belohnung Rekord, wir haben bis jetzt noch nichts geschafft Noch kein Gegner bis hier Ja, okay, ich hab Scheiße gespielt Das wird jetzt besser Warte Na doch, sie mag Aber ich muss noch mal die Farbe ändern, dann wird's besser Okay, dann... Warte, muss ich auch erstmal schwarz werden Jetzt werd ich dich mit den Gegner verwechseln Du bist jetzt Dark Sailor Du bist jetzt einer der Bösewichte Das ist die oberste Regel jedes RPGs Ah, okay Wenn der Typ dunkel ist, ist er böse Ha Was wirklich ziemlich rassistisch ist Ja, irgendwie schon Obwohl, rassistisch geht eigentlich schon beim Schachspielen los Ich bin weiß, deswegen fang ich an Was willst du mir damit sagen? Okay Einfach nur okay Och man, ich bin genau in die Scheißbombe rein Uh! Sehr schön Was willst du mit deinem Scheiß Pfeil? Sooo Läuft doch Erstmal angehen Okay, der ist wirklich ein Bösewicht Okay Okay Das funktioniert auch bei Dark Pit nochmal wieder Und auch Meta Knight ist... Okay, der ist nur angedunkelt Sehr schön Die Taktik funktioniert am besten, wenn ich so ein bisschen dein Schild versuche zu spielen Und weil du halt ein Fernkämpfer bist, ne? Wer hätte das gedacht? Fernkämpfer Greif aus der Ferne an Nein, das hätte sie so treffen müssen Oder ich auch Wow! Ich hätte erst 20 Damage oder so Egal Erstmal angeben Noooo Ich grau Au 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 Könntest du mir jetzt... Bitte wieder helfen? Was? Nein, ich muss angeben Oh! Bin tot Also ich habe noch alles angeheber Großes Maul und nichts dahinter Gut ausgewichen Nein, der ist auch schneller als ich Ich finde es übrigens ungerecht, dass es keinen Dark Eye gibt Okay Au Obwohl ich hier in dem Kampf nicht unbedingt gegen den Eye campen will Au! Nein! Nein! So gut, wenn du stirbst, stirb ich auch Aber wir sind weitergekommen Ja Das war trotzdem nicht so fabulous So, einmal noch auf schwer und dann können wir es auf weiter unten probieren Sehr leicht Wir erfinden noch eine Schwierigkeitsstufe Einfacher als einfach Ignorieren Die Gegner greifen nicht an Ja Du kämpfst gegen Punching Boards Haa Wir verlieren Ja, die schlagen ja auch irgendwann zurück Die kommen jetzt zurück, du Sehr schön Nein! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon! Mann, das war vor allem auch erstmal so Noop Noop Ja, ich fiel da halt die Gegner Das war mir zu einfach Ich will das mit einem Leben schaffen Oh Ich brauch Herausforderungen Fuck! Okay, dann mach ich mit Klingt auch einen guten Plan, was? Ja Ja Weil das ist halt wirklich der einfachste noch Nachdem wir vorher noch Bowser und Gennendorf und König DDD gesehen haben Übrigens, König DDD gesehen haben Übrigens, König DDD der einzige Helle hier Ich... Die war wahrscheinlich wegen der Farbenquote mit drin Wow Das... wow Halt auch immer die andere Richtung Irgendwie mach ich alle Kills, ne? Ja, ich bin Fan-Kämpfer Ich mach sowas Kills? Oh Das war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt Hat aber super gepasst Einfach los zum Märchen, wenn wir gerade unten sind Ich denke der Letzte Also wenn er nicht gerade in seiner Final Metal Form ist und riesengroß, sollte eigentlich noch am einfachsten werden Schlag mich! Ich hab einen mitgenommen Okay Und ich soll jetzt die letzten 3 1 gegen 2 besiegen, oder? Ja Au Die Map ist zu klein Standardausrede von dir Das ist aber so Mit Zelda ist das wirklich... kannst du wirklich auch mit 200 Damage ohne Probleme gewinnen? Du musst nur einen Platz haben Und das sollte auch nicht passieren Und du solltest auch einen Pilz haben und kein so viel Bildschirm, ja Guck dir das an! Ich komm ja weg! Ich komm ja weg! Aber dann ist doch mehr Bände! Und ich werd von Mühe Und gebe ich dir noch mal Und wo wir es jetzt geschafft hätten, wenn wir nicht beide im Leben weniger gehabt hätten Nein! So! Das reicht nicht auf leicht! Was? Hat sich gereinnt! So! Kann jetzt nicht so schwer sein, mit den richtigen Farben wird das! Jetzt wird es schwarz und weiß, also praktisch spielen wir jetzt doch Schach! Ich mach den ersten Kill! Irgendwie Wurde der erste von schwarz geschlagen, das find ich nicht fair! Ist gegen die Regeln! Schlagen geht schon! Du hast wahrscheinlich den ersten Zug gemacht, hast nur einen Scheiß Zug gemacht! Woher wollte der das wissen? Was? Dass ich einen Scheiß Zug gemacht hab! Weil du viel Fresse bekommen hast! Das ist meiste Samtisch! Wer hat den Kill gerade bekommen? Niemand! Niemand! Ist eigentlich mit Absicht einfach immer mich explodieren? Weil du weißt, die Gegner kommen irgendwann zu mir! Ja! Eigentlich schon! Es sind nämlich immer sehr amüsant, wie viel Explosion und Feuer bei mir ist! Au! Ach komm schon, Darth Pit! Es ist finster von dir! Das findet er jetzt bestimmt als volle Beleidigung! Natürlich! Uh! Was? Das... Oh man! What the fuck? Warum wirst du jetzt explodiert? Keine Ahnung! Zum Glück ist die Schaden nicht anders, sonst wärs noch beschissener für uns! Flieg! Du bist frei! Nein! Ich bin schon mal gestorben! Ich bin schon mal gestorben! Ja! Vorhin, ich erinnere mich! Da war ja was! So, wenn wir Ganendorf weg haben, ist dein Arch Enemy weg und dann klappt das! Alter! Komm draußen, haut mir dich mit seinen Armen ins Gesicht! Ist okay! Ja! Kam auf mir drauf! War nicht nett! Sehr, sehr, sehr verstört! Sag das dem und nicht mir! Boom! Oh, sehr schön! Noch mal sehr schön! Hör dich gerade, du hast grad ein bisschen Entfernung bekommen und machst das jetzt! Achtung, du kommst gleich Pause! Oh! Nein, nicht hinter mir! Nein! Nein! Ich war schon in! Tele-Produktion! Tele-Produktion erfolgreich! Weißt schon! Du hast gar kein Entfernung! Oh! Ich hab den Schaden abgefangen! Das musst du machen! Das musst du machen! Du schaffst das! Die Produktion erfolgreich! Ah! What the fuck! Der hat ja alles klatscht! Na, immerhin hast du noch ein Witchlet mitgegeben! Sehr interessant! Nein! Woher wusste der, wo ich hinbeame? Das ist der Computer, er weiß es immer! Blöd! Weil du mit den normalen Schlägen mehr Saaten machst, als mit dem, was du immer machst! What the fuck! The fuck! Oh, 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 oh! Fuck it! Der ist schon vorher an der Ecke, der hätte sich einfach umbringen können mit sich selber und dann... Das ist so dumm! Schööööön! Nice! Brillant! Ich würde sagen, Tele-Produktion erfolgreich! Gut hochgedeamt! Und das jetzt noch auf Schwer! Äh, lassen wir mal! Okay! Ah, wieder Kleingeld! Ey! Der ultimative Kampf! Siege auf Schwer! Warte, wir haben bestimmt noch irgendwas anderes! Ja, da neu! Warte! Das hier auch noch! Ja! Von unten an! Ach, das war schwierig! Ja, bleib von mir Schiff! Mit dieser Riese Truppe versucht das Schiff zu kapern und wir müssen diese schnell wie möglich runterhauen! Oh! Wir dürfen nicht das Schiff erreichen! Ähm, das ist irgendwie blöd mit Fox! Wollen wir jetzt auf Schwer probieren und direkt erstmal auf Normal? Okay, okay! Weil... Die Champions sind dafür unnütz! Durchaus! Aber... Das muss irgendwie... Die fallen recht schnell... Du darfst auch nicht ihre, äh... Dinger berühren, ihre... Falter? Genau, weil dann fallen sie schneller runter! Irrischerweise! Also an sich ist es eigentlich einfach, man... Muss bloß... Treffen! Hahahaha! Und... Wir fällt! Das war jetzt... Äh... Ich hab's gesagt! Es war einfach! Musste schief gehen! Hm... Ich glaub wir müssen uns wirklich direkt runter stellen und einfach nur nach oben und A drücken! Das ist das Beste, aber da bin ich halt daneben gesprungen! Mehrmals! Oh fuck! Ähm... Ich glaub es ist auch doof, wenn du ähm... Den... Zur Seite... Also wenn du den nach unten schlagen willst und über den wer es nach unten schlägst und der so kurz aufkommt... Geht auch nicht! Äh! Oh! Danke! Ich glaub ich hab ihn gar nicht getroffen! Nein! 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 Wie schnell fällt der? Weil er flog schon wieder herum! Wir versuchen das... Schiff zu entern! Und jetzt die Änterung ist erfolgreich, wenn einer eine Zelle auf das Schiff bringt! Das heißt, wenn die kleine Zähne da auf dem Schiff ran getickelt ist, ist das Schiff kaputt und übernommen! Sofort! So funktioniert Piraterin! Boom! Das geht vielleicht auch! Nee! Klappt nicht! Hahaha! Ich hab einen! Und ich flieg dran vorbei! Ohhh! Junge! Vor allem... Den ersten hat's gut rausgehauen! Dann hat's irgendwie nicht mehr funktioniert! Ich weiß nicht warum! Keine Ahnung! Ey, es sind bloß... 18 Treffer, die wir landen müssen, ohne daneben zu schlagen! Das sollte man doch hinkriegen! Ich krieg mich mal ein! Das sind nicht ganz 18! Es sind... 17! Okay, du rechts, ich links! Es sei denn, wir failen! Äh! Nein! Nein! Da hab ich dir geholfen und selbst es nicht geschafft! Ja! Es sei denn, wir failen alle! Wenn wir beide failen, dann ist es halt, äh, ungünstig! Gut, letzter Versuch auf, äh, normalen Approbieren wir leicht! Was auch immer da der Unterschied sein soll! Wahrscheinlich fliegen die langsamer runter! Oder weniger Leute! Wobei weniger Leute uns mit unserem momentanen Skill einfach mal nichts bringen würde! Weil man sieht hier auch theoretisch, wo die Nächsten herkommen, das heißt es... Man muss nur so halbwegs schauen... Nein! Nein! Er flog doch schon wieder! Oh, Mann! Oh, Mann! Hier ist echt ein bisschen unfair! Okay, bevor es so leicht! Mal sehen, was Zeit kommt! Vielleicht haben wir jetzt alle so einen... Falscher! Im Weltall! Um das mal kurz anzumerken! Ja! Ja, es sind jetzt nur 5! Scheiße! Nein! Nein! Okay! Das war schon mal sehr gut! Nein! Nein! Wir werden diese Möffe nie schaffen! Okay, okay! Ein Versuch noch! Und das kriegen wir hin! Ja, genau mehr als ein Versuch! Wir schaffen das! Irgendwann! Weil ich immer noch mit rechts zu dir komme! Und dann kommt ja links halt auch!